Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Wir sind hier bei der Firma Weckenmann. Ich stehe hier mit Hermann Weckenmann, dem Geschäftsführer und Mitinhaber. Welche Neuheiten präsentieren Sie hier auf der Bauma? Ja, neben dem vollen Programm für Produktionsanlagen zur Herstellung von großformatigen Betonfertigteilen, haben wir natürlich auch den Schritt in die Digitalisierung vorgenommen und stellen da unser neuestes Produkt vor. Die AR-Brille zur Darstellung von virtuellen Daten in einer Schalung. Toll, das ist ja wie im Computerspiel. Genau. Versuche ich das mal. Was genau sehe ich jetzt da? Ja, jetzt sehen Sie zum einen die Bewährung, die jedes Stahlbetonbauteil ausmacht. Das sehen Sie jetzt virtuell. Aber Sie sehen auch einzelne Einbauteile, wie jetzt zum Beispiel dieses Teil hier. Das können Sie jetzt einfach platzieren, indem Sie das reale Teil mit dem virtuellen Entdeckungsgleichheit bringen. Es erleichtert die Arbeit, weil auch, sagen wir mal, ein Mitarbeiter, der jetzt vielleicht nicht so trainiert ist im Lesen von Zeichnungen oder im Einmessen, er macht es intuitiv, ganz einfach. Wenn die Daten stimmen, kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und es macht Spaß. Und es macht Spaß. Und auch hier auf der Messe, alle waren sehr begeistert. Und beim einen oder anderen kommt auch das Kind in Manne zum Vorschein. Oder das Kind in der Frau. Oder so. Das ist nicht nur auf die Männer zu reduzieren. Ja, danke schön für das Gespräch. Sehr interessant. Bitte gerne.